Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa! So Freunde, es wird gelacht, es wird gezockt und zwar was zocken wir heute? Ich denke mal Tom Prider, aber ganz neues. Wo bin ich stehen geblieben? War of the Worlds habe ich durch. Ich glaube das Spiel war das, ne? So, ich könnte hier mal hier weiterspielen. Okay, so weiter geht's und zwar mit Misti oder Mistis of Avalon First Clues. So, wo bin ich stehen geblieben? Wo bin ich stehen geblieben? Einfach nehmen wir mal Speicherpunkt 45. Okay, äh, jetzt bin ich ehrlich, ich habe keine Ahnung wo ich jetzt hier bin, was ich machen muss. Okay, jetzt ist glaube ich der Laser ausgegangen. Ah ne, der ist wieder angegangen. Ach, ist der Laser auf Zeit? Warum ist der jetzt nicht angegangen? Okay, dann gehe ich wieder zurück. Da muss man aber schnell sein. Das ist ja das Problem. Der Tuxa und schnell, das ist eine Kombination, die passen nicht gut zusammen. Oh, da liegt noch was. War ich ja noch gar nicht? Ich starte einfach mal hier rein. Aber wenn jetzt irgendwo eine Szene fehlt, dann liegt das daran, dass ich das jetzt auch nochmal neu spiegeln musste, so ein kleines Stückchen und jetzt auch keine Ahnung habe, wo ich stehen geblieben bin. Und eigentlich habe ich das nämlich schon aufgesammelt. Okay, wie war das nochmal? Ah, einfach reinspringen, ne? Dann machen wir das mal. Ja, schon besser. So springt man hinein. Eigentlich war ich schon hier, aber ist okay. Dann hat sich was getan. Jetzt ist der Laser aus, ne? Okay, dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Okay, dann nehmen wir diese Kante hier. Ach, Lara. Warum kannst du das nicht? Bei War of the Worlds ging das. Dann kannst du auch vorwärts runter. Öh, ich beile dich. Huh. Oh, nice. Gut, mehr kann ich ja nicht machen. Gut, dann gehen wir wieder hier raus, würde ich sagen, ne? Okay. Okay. Jetzt kommen wir jetzt hier wieder raus. Hm. Hm. So vielleicht? Hää! Aber Okay, mal versuchen So gerade eben, ne? Jetzt nur die Frage, muss ich auch raus? Ja, was soll ich sonst machen? Oh, komm ich da wieder zurück? Versuch, mach klug Ah, passt Okay, okay Ja, jetzt nur wohin, ne? Wohin, wohin Zu Sinn, zu Sinn Nee, hier brauche ich nicht hin Gehen wir mal zu meinem Kollegen hier Hallo It's me I'm Lara Hm Use Okay Man nutzt mal die DVD Wer hat heutzutage noch DVDs? Tür wieder zu? Okay Aha Dann wollen wir das mal testen Ach, das müsste doch die Tür sein, ne? Was war das? 0 9 7 Äh, 6 Auch nicht Ah, geht doch Der war jetzt mal ganz schwer Um mich zu sagen Hyperschwer Ja Komm, ich schau uns mal das Gemälde an Ja Man kann da rumlaufen, keine Frage, ne? Wird sehen Okay War ich hier nicht schon mal? Oh, da war's Okay, oder auch nicht Okay Hätte ja mal sein können Hüpf Komm, Lara, hüpf Dankeschön Oh, was haben wir denn da? Ein Aquarium Ach, wie süß 5 Millionen Kubikmeter Wasser bestimmt Oh, Medipack Meins Ups Ich komme nicht da jetzt hin So Was passiert eigentlich? Den Wegenschieß Okay, nix Früchte, ja, Früchte sind immer gut Ich würde sagen Kann nicht alles sein Kann nicht nichts hier So ein Medipack sein Ich habe eine Idee Und ich frage es natürlich auch Wohin? Und da hin? Ah, das ist eine Klappe, ne? Na, dann machen wir doch mal einen Test Machen wir doch mal einen Klappentest Nein, ne? Ja Und da musste er So rumstehen Ah ja Kann er nicht irgendwie hochspringen? Das soll er schon seine Ordnung haben Komm her du Ha Ja gut, kein Problem So, hineinsvergnügen So, dann gehen wir mal hier hoch Hä Ach, jetzt kann ich Inside Aspargo rein Cool Dann machen wir das mal Guck mal, hier sind keine Fische Die mir beißen Hier sind irgendwie gar nichts, hä Ja Ja, nur was soll ich hier Schöner Effekt Keine Frage Auch gut gemacht Aber bringt mich jetzt nicht so Ach, da unten ist was Aber Geht nicht auf, ne? Gut Vielleicht ist da irgendwo ein Hebel Machen wir noch eben Luft Gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Hebel finden Das ist ja, was? Jetzt kommt noch ein Hebel Schöner 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 Der war ja mal ganz einfach. Wenn man nicht gerade blind ist so wie ich, dann schafft man das auch im ersten try. Ja ja, du kriegst auch ein bisschen Luft von mir, kein Problem. Ja ja, komm, das übertreibst du aber, Lara, ne? Oh, 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 weg da! Ah, ich wollte doch sagen, weg da! So, second try. Dann schwimmen wir nicht da durch. Aha, hier geht es weiter. Da oben sieht es ja ziemlich freundlich aus. So, noch einer hier. Aha. Munition, ja, kann man immer mal gebrauchen. Wäre natürlich auch schön, wenn mal ein paar Gegner kommen würden. Aha. Okay, was haben wir da? Ein paar Infos. Ja, ja, interessant. Okay, okay. Ah. Muss jetzt schnell sein. Dann füllen wir mal schnell hin und wir kommen. Fängt für eine Grafik fest, Lara. Ah, passiert schon mal. Ja, jetzt nicht dran vorbeischwimmen. Gut. I got the key, I got the secret, würde ich sagen. Nur jetzt ist jetzt natürlich die Frage, äh, wohin mit dem Schlüssel? Kann man auch da gehen? Das tut. Gut. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück. Jetzt habe ich hier den nächsten Schlüssel. Den ich hoffentlich gewinnbringend einsetzen kann. Gucken, was der Kollege sagt. So, hast du Spaß gefunden, diese Schlüssel zu finden? Oh, es war ziemlich gut. Ich bin mir beeindruckt. Wir machen unser Bestes. Ich bin aber auch noch auf, zu sehen, wie ihr Mädchen meine Schlüssel die nächste Mal an Bord haben können. Winston ist bereits die Blueprints auf. Äh, später oder später, du wirst aus Räumen gehen. Dann müssen wir nur noch einen anderen Wink für die Mante bauen? Oh, gut. Ich kann das durch meine Ausgaben bringen. Aber gut, dass Lara spricht. Äh, ich würde sagen, ich nehme mal die Tür hier. Ja. So, hinein geht's ins Vergnügen, würde ich sagen. Ups. Okay. Hallo, wo ist hin? Lara hängt fest. Ja, ich denke mal, ich sollte daran... ...daran ziehen, definitiv. Okay. Ein schönes, epischer Grab. Noch eins. Um nicht zu sagen, ganz viele. Können wir drauf springen? No. Das mag Lara nicht. Was war denn hier? Nix. Hallo Herr Ritter. Please give mir... Bitte gib mir dein Schwert. Okay. Ah, hier ist noch ein Gang. Mal kurz hier gucken. Nö. Spinnenwege. Okay. Ich hab verstanden. Spinnenwege. Das war's. Hallo. Liegt da was? Was ist das? Da liegt da was, ne? Was ist das? Das ist die tote... Spinne. Okay. Okay. Aha. Das kann doch nicht hier nicht alles sein, oder? Ja, okay. Oh, noch ein Grab. Ganz viele Gräber. Kommt der? Komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Aha. noch eine Kette äh, wo ist die denn? so wo ist die Tür? ich war da gerade irgendwo noch eine Tür ich glaube es hat gesagt so ein Tor wo ist es hin? hier ist es hin ja, prima das ist schon mal offen okay okay aha das sieht doch nach schieben aus, ne? nur wo muss ich hin? das ist jetzt eine gute Frage okay aha hier geht es noch weiter okay ich muss jetzt hier ein bisschen umschauen ich habe keine Ahnung was jetzt hier genau passiert ich denke mal die Tür muss irgendwie auf ah na, dann schieben wir den mal rein ja, gut hier war ich doch schon, ne? ah okay ja, nur wo soll ich hinschieben? wo willst du hin? komisch okay ah, da muss ein Bild ergeben muss irgendwie ein Bild ergeben mal gucken, was hier drauf ist okay das könnte oben rechts sein okay hier war nur die müssen bestimmt hier drauf ich fange einfach mal an zu schieben okay Okay. Ja. Dann kann ich den... Okay, der muss irgendwie runter hier, ne? Wie geht der denn runter? Puh. Der muss auch runter. Okay. Genau, ich schieb erst mal den nach vorne. Quasi bis zum Anschlag. Gut. Ja, dann einfach mal da rein. Dann müsste der auch hochgehen. Und ich hoffe mal die anderen beiden gleichzeitig runter. Naja, natürlich nicht. Ich werde so einfach. Oh, hier muss die anderen beiden da drauf? Nee. Nee, 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 nee. Wir kriegen jetzt den. Ja, das ist ein gutes Rätsel. Definitiv. Ja, der hier muss runter. Der muss auch runter. Tja. Ich schieb ihn erst schon mal nach vorne, weil ich denke mal, da muss der ja hin. Also wie geht der... Hm. Wie geht der Steinkolben nach unten? Das ist die gute Frage. Das ist vielleicht irgendwo ein Schalter. Ein Hebel. Oder ähnliches. Komm Kollege, gib mir einen Tipp. Hm. Tja, keine Ahnung. Ah. Okay, doch. Könnte ich hier den Hof hoffentlich... drauf schieben. Ja, geht doch. Der war ja gar nicht mal so schwer. Und... Truff. Ich musste nur noch einmal nach oben. Ach, sollte ich auch hinkriegen. Ach, nicht mal. Ach, Mensch. Ach. 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 Ach, ach. So, noch zweimal drücken und dann müsste dieses Mini-Rätsel auch gelöst sein. Das heißt, drücken 1. Und schon ist das Bild zusammengefügt. Schön. Jetzt gehen alle Gräber auf. Und die Zombie-Apokalypse beginnt. Ich war ja schon mal nah dran, ne? Gut, schwimmen wir da mal runter. Ja, machen wir das. 1 Stunde später. Ah ja, umgezogen hat sie sich auch. Ja, kann man machen, ne? Ja, ich denke mal, das soll es auch gewesen sein. Ich bedanke mich für die Zuschauer und verabschiede mich für die nächste Sache. Bis zum nächsten Mal. Glück auf!